Game 5, unsere Comfort Zone. Hertha hat bis jetzt immer Game 5 verloren. Immer gechockt. Für die steht jetzt alles auf dem Spiel. Wir sind einfach fucking Streamer. Die sind nur Pro Player. Die haben keinen anderen Stand, man. Die sind fucked, wenn wir gewinnen. Ey, fick dich. Wir gewinnen das jetzt. Ja, eben. Wir gewinnen das jetzt. Das ist halt hier für einen Talk. Das ist halt scheiße. Wir haben heute den gesamten Tag den Depri-Talk gehabt. Ich habe mal eine Idee. Ich habe doch nicht Depri. Ich habe gehalten. Was ist, wenn wir Trunnel einfach 3 picken? Du meinst, wenn wir Ohren offen lassen? Mhm. Das ist ja zu spät. Nee, nee, nicht Ohren. Nee, wir picken Reden und Trunnel. Aber ihr wisst schon, dass die jetzt Jinx nehmen, ne? Ja, natürlich. Die machen unsere Draft. Das ist mir der Meinung. Deswegen habt ihr gesagt, wir spinnen Sieg. Vergiss meine Idee, vergiss meine Idee. Ja. Die machen unsere Draft. Genau. Wir müssen, also wir müssen, was spielen wir gegen Jinx? Tibi, haben wir gesagt. Also, to be fair, ist es nicht zu bad, Trunnel gegen Jinx. Nur mal so am Rande. Du bist ja nicht killt, aber du kannst dich so nicht. Du pickst ja Trunnel eigentlich nicht wegen Jinx. Sondern du pickst Trunnel wegen, hoffentlich, Skana. Oder halt Tank oder Olaf ist auch so. Ich sage nur, das Argument kam gerade von wegen Jinx. Aber Jinx ist gar nicht so gut in To-Tunnel. Okay, ist ja, aber das ist relevant. Gut. Ich pick To-Tunnel eigentlich nur in To-Tunnel-Champs. Aber also, top, Jungle. PC crashed. Gut, dann mache ich meine Aufnahme wieder zu. Jetzt so eine Erdnuss, ne? Also, ich glaube, wenn wir, by the way, nicht so lange Pause hätten, hätten wir jetzt 100k plus. I care about yours, I care about winning. Ich will nur mal kurz small talk machen. Tutsch prime. Okay. Gut, die sind wieder ready. Tränen wir. Wir sind auch, ne? Bann mal bitte Orn als letztes diesmal. Falls ihr vier oder nicht bannen? Ja, also, ich weiß, wir haben es ja trotzdem gemacht. I don't know why. Würden wir trotzdem nicht einfach Orn bannen? Ja, natürlich. Aber das ist einfach, weil es letztes, äh, also als zweites Band. Genau. Vielleicht brauchen wir doch den Adaptionsband, I guess. Was machen wir eigentlich? Also, haben die nicht die Option, actually third Vector zu bannen? Oder oder was ihr zu nehmen? Wir haben den letzten Band. Ah, okay. Also, das heißt, wir matchen dann aber, ne? Dann müssen wir aber wissen, welchen Band wir opfern wollen, wenn die das machen sollten. Okay. Was bannen wir zuerst? Sejuani, for sure. Okay, die Frage ist, wenn die jetzt Azir oder Viktor bannen, dann müssen wir vielleicht Reaktionen seinen anderen bannen. Wollen wir eher Weih oder Orn droppen? Oder nehmen wir einfach Serrat oder Orn und spielen einfach Vierer oder nicht? Ja. Warte, was? Weil die werden ja Vierer droppen. Okay, dann musst du als zweites Weihbann trotzdem. Weih sollte immer weg sein, finde ich. Das war so terrible. Okay, dann ist ja die Antwort. Aber, aber, also, ich meine, wenn die jetzt Viktor bannen und Azir nehmen, können wir einfach Xerrat spielen, das ist ja auch fein. Okay. Okay, die droppen es nicht, wahrscheinlich. Also, das Ding ist halt auch, die Stacks sind ja immer noch in Ordnung, ne? Das heißt, Führerblind wäre eh wild gewesen. Ja. Wenn wir das nicht einfach in Heimendinger gewesen waren? Achso, ne, ne, Moment. Nee, der spielt gleich nur Control-Mages. Der spielt nur Control-Mages, das ist einmal nicht so gut. Okay, die machen genau das selbe, die machen genau das selbe. Und, ja, alle. Ja, 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 on. Ich habe immer so Angst, falsche Sachen zu binden. Ich brauche jetzt Push it to the Limit. Da kommt jetzt die Yings. Und auf die Yings würde ich sagen, Renekton, oder? Renekton, for sure, yes. Und? Azir. Oder nicht? Und Azir. Achso, ja. Ja, safe. Wir nehmen, natürlich. Renekton Azir, ja. Warte, warte, warte. Gibt es ein Baid oder so? Warum hat der Azir auf dem Pinken nicht? Weil die machen unser Dorf. Wir können das ja traden. Also wir picken auf jeden Fall Renekton, ja? Gut, 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 gut. Ja, das hört sich für mich gut an, Renekton Azir. Das ist nicht, was das Problem ist. Aber take away von denen. Nee, nee. Das ist vielleicht ein Game. Der muss wieder Viktor spielen. Oh, der packt jetzt den Kassadin raus. Blind. Blind, wenn man sie. Ja, dann schmeißen wir den Renekton in die Lane rein. Game 5 Kassadin wäre schon sehr männlich, muss ich sagen. Also, so wünsche ich es ja. Willst du dann swapen? Ah, das ist übergeben, wenn es passiert. Nö, nö, nö. Nein, der picket auch kein Kassadin. Leute, das ist nicht unerwartet. Das ist auf jeden Fall besser, dieses Game ohne Trondle, ne? Mhm. Wir müssen darauf achten, dass wir... Okay, toll. Wir können... Nein, die können wir nicht, ne? Ich dürfte drei Tviertel picken. Ja, das ist halt die Frage. Aber wenn wir das jetzt nicht machen, wird von so entweder Trondle gepickt oder ge... Lass mich kurz mal ADCs durchgehen. Also, ich hätte Varus, fände ich, würde ich absolut auf jeden Fall spielen. Ich hätte Javier, würde ich auf jeden Fall spielen. Das war es auch schon, oder? War es schon, I guess. Ja, dann hätte der pick Javier. Javier? Ich denke gerade, ich denke gerade. Nee, bei allem anderen gehe ich nicht immer mit Winning raus. Wir könnten Nash gehen. Nee, Nash ist, glaube ich, zu wenig DPS gegenüber. Nee, Nash hat komplett fein DPS im Late Game. Aber ich sag nur, wenn du Trondle gepickt willst... Nee, ich will eh nicht Trondle unbedingt... Was willst du, Brücke? Mach einfach, mach einfach. Sivir? Ja. Ist auch gut, um den Urlaub ein bisschen zu können. Ja. Alright. Wir werden wahrscheinlich... Wo kommen wir zu Trondle spielen dann? I guess? Weltweif for sure. Ja. Ja, Weltweif bänden wir immer, ne? Ja, das, wenn ich einmal gegen spielen muss, macht mich sehr glücklich. Ach, Scheiß, die warnt dann... Wissen wir nicht. Aha. Ist das jetzt ein Scanner-Bann? Nein. Hä? Also, ich hab keine Antwort, wenn du den Scheiß... Unbedingt. Das war jetzt andere Spannung. Wie ist Red King? Keine Ahnung. Red King klingt nicht bad. Nee, wir haben jetzt schon gerade noch gebannt. Wego, ne? Können wir wieder rausnehmen. Warum nicht? Stimmt, weil sonst lauft mir wieder... Ja, ich würde wieder... Das macht Scanner weg. Oder Wukong. Nein, der ist nicht komponent. Wukong, 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 Wukong. Ich stehe mit dem Wego. Nein, Wego, 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 stopp. Too late, too late. Ah, ich baute Wukong selber. Es ist fein, du hast Red King. Wir haben auch chilling. Wir haben auch sehr viel Wukong-Player gezeigt, ne? Ja, ja, genau. Der war jetzt... Wego war doch gerade auch auf, nein? Ja. Wir haben gerade Wukong gebannt und nicht Wego. Genau. Der hat nicht viel Confidence. Ist schon gut, das zu machen. Wir haben Nautilus gebannt. Aber Countdown mit Jungle? Ja, ja, können wir denn, Kani? Also, wo siehst du dich? Du hast jetzt einen... Es muss eigentlich eine Renata sein, oder? Oder Leona. Leona Blind kann so backfiren. Ach, du willst? Ich will Renata haben. Ich will Renata haben. Das ist more confident. Oder? Ich glaube, ich gehe into seinen Scanner, gehe ich noch denn diesmal. Renata ist auch nicht schlecht gegen Scanner. Ja, der wird jetzt nicht nochmal... Der wird jetzt gegen Scanner gehen, ne? Könnte Lulu gehen, aber ist, glaube ich, nicht schlimm erstmal für uns. Also, Wotland ist ein bisschen blöd dann vielleicht, aber... Wir könnten immer auf Fullscaling gehen jetzt. Also, wir haben Shyvana, Nocturne, Elise, Diana. Da ist die Lulu. Lulu! Dann Hostile Takeover und die Jinx killt die alle. Der Olaf killt auch trotzdem. Richtig. Ja, aber wir haben Grey Health. Das ist auch nicht so bad, mein... Juhu, ein Early-Game-Jungler. Eine Sau. Also, hm. Ich würde sagen, Nocturne ist der Call. Lass mich kurz mal checken. Wir könnten auch Shyvana gehen. Was wollt ihr? Leber, Shyvana oder Nocturne? Du musst. Du musst Kompeten nehmen. Vier, drei, sag bitte was. Mach Noc, mach Noc, mach Noc. Noc, Noc. Wo ist der? Boah. Darkness. Bedeutet das jetzt, dass wir mehr Zeit entspülen? Oder was ist jetzt die Änderung hier von? Es ändert, glaube ich, überhaupt nichts. Okay. Dann weiter wie im Text, wie gerade eben. Denkt an Early-Gangs von denen allerdings. Wie ist Scaling jetzt gegen Lulu Jinx? Victor? Ich glaube, Even Slash ein bisschen besser für uns. Ich glaube auch Even... Ja, ich hätte es genau... Wir müssen doch stoppen, bitte. Nicht, dass ihr die 20 Sekunden reißt. Welchen Sammler hast du, Brücke? Äh, ja, Heal wahrscheinlich. Ja, dann lass Heal Exhaust gehen. Oder willst du Cleanse Heal gehen? Will ich Cleansen? Boah, was denn soll ich Cleansen? Okay, dann gehst du Heal-Ich-Exhaust. Also das Ding ist halt, Nocturne ist nicht gut into Olaf. Und ich glaube auch, jedenfalls bin ich nicht so stark. Aber... Kopf-Blocker sind da und... Ja. Bisschen mit Ignite, Karne. Bisschen mit Ignite. Soll ich machen? Ja, mach mal. Okay. Also wir sind jetzt schon einiges schwächer, wenn wir nicht Early-Game-Head gehen, ne? Das ist wahrscheinlich wahr. Ja. Hard agree. Hard agree. Wobei, die... Also Renate ist gar nicht mal so geil hier, oder? Ich finde sie ehrlich gesagt schon geil. Wir haben Olaf. Der wirklich CC-sit. Aber wenn er reinrennt, ich kann den kompletten Vorlauf abkappen. Stimmt. Er hat aber einen Enchanter. Ich glaube, er killt einfach alles, honestly. Man, wir müssen wahrscheinlich hier irgendwann im Late-Game... Müssen wahrscheinlich mit Nocturne-Ult und Shanks arbeiten, hab ich das Gefühl. Ich glaube auch. Äh, ich geh für das Wort unten diesmal, ne? Ja, auf jeden Fall doch im Early-Game-Dominanz spielen. Oder denkt ihr die Trappen mich da? Ähm, Level-1-Top-Set-Invade, maybe von denen? Möglich, ja. Am stärkesten Level-1. Wir aber auch. Olaf ist stärker als ich, so, I think. Viel stärker als ich, glaube. Kannst du dich hierhinstellen, Freddy? Dass wir so ein bisschen den Entrance auch haben. Wart haben. Aber du pullst deswegen, oder? Die haben hier auch gewordet. Ich kann auch nicht schon, ja. Oder Freddy, du gehst. Bei Level-1 verlieren wir, ne? Ja. Ich hole keinen Sweeper. Wir holen einfach hier. Die werden Pio haben, Bot. Ja, ich cover 1, 28. Die werden Pio haben? Ja. Ich bleib auf Yellow-Train. Ich bleib nicht in der Duel rein. Fuck den Wort. Ja, ja. Der Level-1 ist viel stärker als unseres. Wir haben oben gewordet, wenn der auch nicht landen will. Ich fange einfach unten an. Wir müssen mal Level-2-Gangs und sowas. Meinst du, der geht für sowas Wildes? Er wird Red-Buff-Raptoren machen, glaube ich. Probably, oder? Wir sollten das auch nicht pullen, by the way. Ja. Ja? Ich habe echt schon gemerkt, dass wir sehr viel Value daraus rausgingen, dass er, dass ich nicht zeige. Wart. Ich habe keine Priority, ne? Ja, wir haben keine Priority aus der Mitte. Ich muss noch meinen Lieben für seinen Mana-Train. Ich sage, hier ist ein Wort. So, ich mache es. Ich mache es mir wirklich. Ich mache es mir mit einem Fake-Lischt. Nee. Ich packe noch hier unten an. Lass uns einfach schaffen. Haben die gelischt? Nee. Nee, wir haben auch noch gelischt. dann ist wahrscheinlich reddorf aktoren oder so fand bisher auch mittelgang sehr attraktiv ich habe keine frau ich werde eine menge leben kann mich nicht bleiben die stecken sind eine dicke wafer in uns rein wenn sie nicht wissen wo ich bin er hat tribush geworden er hat immer noch prior lulu ist im river lulu ist im river lulu kann mittel sein mhm die können nicht diven hat blue angefangen sind das mittel er geht zum reddorf er respektet wieder extrem top meine wave bounce ist gut für mich die haben rausgefunden dass ich ohne angefangen habe durch den push gerade wenn die free sind ich kann es nicht contesten denn saos gerade bot side ah das ist schon terrible ne lasst es also ich meine oder ihr wartet bis ich wieder da bin das ist option 2 aber er ist gerade busy mit bot side camps von schule ist er bot side euer call ja ich werde es hier resetten ich komme jetzt gerade rein die werden es einfach wieder freeze ihr müsst jetzt raus scheiß auf die wave bis ich wieder da bin ok wollen wir hier auch basen und mit nocturne aus base wobei er ist schon aus base ne jaja willst du basen wir können warten wir können warten ich werde jetzt 2-3 minuten verdienen wenn ich da bin gewinnen wir mhm wie gewollt ich glaube jetzt aktuell könnt ihr auch einfach auflaufen und raus pushen ich denke die sind die denken wir sind base ne ich die mit Achtung Achtung nicht so aggressiv bis ich da bin ist gestalt also ok jetzt bin ich mit euch jetzt push aus guck ruhig ja das war's wenn da ist danke dir bestimmt noch einer wir müssen sagen du bist eigentlich oben sein muss eigentlich ein golem sein jetzt bald mit problem wieder für die pietwarte spielen du wirst raus ich sehe nicht wahrscheinlich jetzt mal jetzt besen ich bin stärker als er wenn ich will wenn ich will gibt es keine clamps ich kann kommen ich bin auf dem weg ja er fließt ja die ganze Zeit reicht das? ne oder? aber ich glaube wir können nicht mehr nicht so wave er ist um ich bin da und ich will ich kann die senden nicht mehr ich kann die senden nicht mehr wenn der xin auf mich flasht mit äh also wenn der reingeht dann gewinnen wir ne? er hat gerade geflasht er hat geflasht soll ich das queuen also willst du noch raus pushen? ich würd ich werd hier im Qo durchange ok ich glaub das war's weiss ich tsch mhm fortlein läuft's nicht so gut oh ja wir müssen einfach weiter leider das ist ok ich muss auch noch mal resetten soll ich das einfach pushen und fahren? na na ist alles gut let's go mami boah er ultert soll ich das freezen? ja die sind alle drei mit den die sind alle drei mit den na das ist also oh xin ist bei mir ja aber der kommt auch früher da willst du? oder willst du nicht? ne ne ich halt den freeze er ist fucked das ist sehr gut für mich aber ich hab ein bisschen ok ich zeig mich zu da unten ich zeig mich zu da unten ist er der Fein danke dir hattest du 6 Argument hier nach danke wir können halt dann wieder Shuffleplay schauen wenn er weit vorne steht jetzt wie bei dem freeze kann ich auch nachflaschen er hat auch kein Ult also wir haben Ult Advantage ich kann auch mit der Havans ich kann auch mit der Havans könnte ein Drake sein hier ne? direkt da ich kann checken ja die machen Dragon die machen Dragon diesmal ich glaub Shuffleplay ist actually jetzt gut aber er wird es flashen oder? ja ich flash nach ich flash nach also er wird direkt flashen dann flash ich nach ist das Worth? weil in 9 Minuten ist Herald ne? ich würde sagen das Worth für First Blood ne? ah ne ist kein First Blood ich kann auch nicht flashen ich kann auch nicht flashen wenn du nicht möchtest der wird für kennt ihn das würde ich geben ich mache dann auch kennen ja ja wahrscheinlich gar nicht ich habe den Kerner ja Budget Job guys das sind die schon am Schluss wir können 120 wenn du willst wenn du willst Die können jetzt bei der Schuhe um sein, wir haben gepennt, wir haben gepennt. Ich werde Basenbrücken. Ja, ich pushe die noch, muss ich pushen. Ähm, ich würde jetzt noch ausgedacht der Platte, ne? Du kannst, wenn du wirst noch eine pushen, aber ich brauche den Reset hier. Wie viel Damage noch deinem Ding machen? Ja, weil ich würde von Jinx Interrupted. Aber die kamen von unten, das heißt, die kamen von unten. Ja, die kamen von unten. Okay, geil, gut zu wissen. Du warst für dich, ne? Ja, nein, super. Wir sind sie, wir sind sie. Wir sind sie, wir sind sie. Deswegen. Jinx ist bot lane. Jinx ist bot jetzt. Ja, ist okay, ist okay. Da war ein pink bot, kann ich. Soll ich dein Rapper fahren, oder wer macht das? Macht das gleich. Weißt du nicht, ob du jetzt bot tag gehst, weißt du? Ne, ne. Ich kann eigentlich auch mit dir oben retaggen, Lulu ist auch oben. Ich glaube auch in der Mitte, Olaf wahrscheinlich schon noch. Jungle für uns, Harrod nicht. Hm, ich move zu euch. Hm. Ich höre Sounds von Harrod. Ja, das ist jetzt. Aber also wir haben schon zwei Platten für das Play bekommen, also ist es wahrscheinlich worth. We're back, top wave. Und ein Kill, ja. Und ein Kill, ja, ja. Und ein Kill. Mhm. Hast du die Golems genommen? Nein. Gehen wir spawnen gleich. Ich glaube, wir sollten Botskrabbe nehmen. Er ist sehr mental, der Prustatrop dann auch. Willst du die Golems farm? Ich kann sie farm. Den macht auch gar nichts, aber das ist schlimm. Das ist auch Subjectless. Schon nicht bad. Ja, aber er macht keine Kills. Ja, das ist ja immer nix. Mhm. Ist das jetzt gerade am Rift of Actually? Nein, wir haben keinen Kug. Nein, wir haben keinen Kug. Nein, wir haben keinen Kug. Ich freue nicht. 30 Sekunden für Ulz. Bitte lass mir die Milit. Aber Brücke, du hast Grump gefarmt, ne? Ja. Ja, haben wir. Schon ein bisschen länger her, oder? Ja. Ich wusste nicht, nehm' die Crux, wenn du die brauchst. Na, mach, 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 mach. Warte, dann werde ich jetzt gleich Grump nehmen und dann werde ich all ready stehen. Brauche ich nicht nach oben gehen. Ein Million für Wards. Hier geht's frozen hard first item. Ah, der letztes Game auch schon gemacht. Da warst du aber in den Ding, komm, jetzt ist okay. Ja. Hotline fucked. So, ich habe nach der Grump Mitte-Play wieder, oder? Mhm. Okay. Ich Reset, dann komme ich auch. 90 Sekunden noch auf Flash. Sinn ist auch da. Blut ist auch da auch. Ähm, Warwider 3, glaubst du, wir gewinnen 3-3? Ne, oder? Wenn Renate da ist? Ich habe noch keine... Also, ich habe noch keine... Das ist schwer zu sehen. Also, ich bin schon ziemlich stark. Die Harriton? Die Harriton, ja. Ich bin mal ready. Brücke, wenn du Move hast, komm mal Mitte. Ich komme auch durch Base, Mitte. Also, wenn die rauflaufen, ich glaube, wir holten einfach, oder? Ich komme um, ich komme um. Hat Viktor, Viktor hat noch keinen Flash, oder? Kriegen die mehr nicht? Okay, werden nicht, werden nicht, werden nicht. Gut. Sehr geil. Urlaub ist Base, genau wie ich. Darf ich hier für Vision gehen? Ja, oder? Ja, zu sicher, ja. Die entern jetzt hier. Wollen wir dann hier fighten? Die pressuren mich weg. Geh wieder rein, geh wieder rein. Nimm den Ward. Und dann machen wir einen Playoff, also wenn die auf dich gehen. Oh, ich hab ihn überhaupt verkackt. Ne, der steht. Oh, lol. Ich würde jetzt hier weiter reingehen, btw. Oh, können die hier sein? Können die hier sein? Nein? Lulu ist hier bei uns. Kannst du die shuffeln? Aktuell? Ne. Ne. Das ist schon sehr risky gerade, würde ich sagen. Wenn die reingehen, gewinnen wir, ne? Ich bin low. Look at this. Okay. Ich bin sehr low. Oder willst du nicht? Dann geh resetten lieber. Ich würde gerne noch eine Wave nehmen, dann hätte ich einen Müffig. Okay, same for me. Ich brauche eine Wave, dann bin ich 6. Ich hab auch eine Platte mit dem verloren, ne? Ich hab mich hier wieder auf der Bot Wave zeigen. Lulu kann immer noch mit der Huppern, aber eigentlich haben wir ein ganz guter Vision, ne? Willst du die jetzt actually schaffeln auf der nächsten Wave noch? Na, wenn er steht. Oder gehst du base? Oder gehst du base? Also, wenn der jetzt hier mich angreift und interruptet, gehen wir dafür, okay? Okay. Ich bin old range bis hierhin. Ja, macht er nicht. Dann geh ich auch base. Ich werd den Pinker nehmen. Ja, du kannst den Gott nehmen. Oder musst du nicht base? Hm, doch. Doch. Das sieht ja sehr gut aus. Er hat noch TP, ja. Dann machen wir da nix. Ich hab auch noch TP, keine Sache. Ah, ich hab Tempo Grief, sein Uropa. Musst du? Ja, okay. Die Botland von denen möchte ich jetzt erst gleich recoil'n. Vielleicht können wir auf den Playland machen. Noch sure. Direkt Harrod, direkt Harrod. Direkt Harrod, direkt Harrod. Der Drake. Ist gut. Ja, du nimmst den Pinker und dann machen wir den. Just rush it, rush it, rush it. Doch, Hexe. 3000er Drake, ne? Ah, der 3000er Drake. Jetzt erinnere ich mich auf die da. Ist ja immer noch 2000er. Ja, genervt wurde er ja nicht, oder? Brauchte mich? Ey, Brücki, ich glaub, du brauchst dieses Game Second Item LDR, ne? Ja. Oder? Weil der wird, er geht frozen after. Frozen after. Nicht unser. Olaf hat eine Wave-Priorz. Ich hab dafür TP Advantage. Ist auch ein Zeichen und dann liegt. Ein Flash ist wieder ab, Mitte. Honestly. Kannst du Mitte sein, Kani? Und, also die Jinx wird vorlaufen und ich holte Jinx. Ja, ich kann mich hier auf den Vision zeigen. Olaf kann schon hier sein. Okay. Weil die werden Mitte covern. Aber die haben grade dieses Wort genommen, ne? Zeig dich Mitte. Zeig dich auch Mitte? Wir haben hier keine Wards. Ah doch, jetzt sehen sie mich. Jetzt sehen sie mich. Lulu ist auch Mitte. Wenn Lulu Mitte ist, gehen wir rein. Lulu ist Backtop. Lulu zeigt sich. Lulu ist auch Mitte. Lulu rennt Mitte. Gut! Das war so ein 1000-Kopf-Play. Okay, was tun wir? Wir pushen Botlane. Also wir sauen die. Jetzt kann ich hier zusammen. Aber sind wir Schack noch dafür? Ja, ja, fuck it. Wer war das vorhin? Der Jungler ist Topside reingehoffert. Aber der kann auch wieder umdrehen, falls die Bot-Cover wollen. Okay, okay. Kann ich kommen mit mir mit? Bin bei dir. Wenn der Sensor nicht hier ist, kriegen wir eine Turret, ne? Ich bin grad nicht an Brushland Top. Go vorhin. Go vorhin. Go vorhin. Okay, 12. Oh, der Sensor. Der Sensor. Der Sensor. Der Sensor. Der Sensor. Okay, nice. Ja gut, aber passiert nichts anderes. Ich brauche Grump. Ich brauche Grump. Der hat beides benutzt, ja. Ich brauche Grump für Mythic. Da kommt auch eine Wave rein, ne? Sonst. Ja, nimm du den Grump. Also. Oder wir sind wir noch Mist gerade? Wollten wir schon mal Jungler sein, wirst du. Wir könnten eigentlich für den Top-Land-Tower swappen, ne? Also wenn die Jinx keine Sensor hat, machen wir einfach das Normal. Und wenn die Lulu Botlin bleibt, dann Ult ich Mitte. Aber jetzt wo die Jinx keine Sensor hat, ist doch die Lulu kann doch egal, oder? Ist egal. Beide sind ein Free-Kill. Also wenn sie nicht matchen, sind die Free-Kill. Also wir rotieren einfach hin und her. Wir haben noch TP Advantage, ne? Ich bin super OP. Er hat bis 17,44 kein TP. Ich habe an die Stelle Pod jetzt. Ich werde einfach die ganze Zeit die Wars herhalten. Haben die geswappt? Was ist hier los? Wir sehen die Jinx gerade noch eine Wave angenommen. Vector Mitte. Ich komme zuerst aus Base. Ich kann auch Tower hitten. Ich bin mega strong. Ich nehme mir First Third, wenn niemand da ist. Ich interrupt mich wieder mit Rakete. Das ist der dritte Raketen in den Druck. Von wo kam die Rakete? Von wo kam die Rakete? Base, Mitte. Ich will einfach First Third. Der fucking, er entert es. Er entert es komplett. WTF? Ja, das ist fünftes Game, ne? Pass mal auf, dass die oben nicht... Ich würde mich hier zeigen. Okay, dann machen wir genau dasselbe. Wenn sie Mitte covern, dann gehen wir bot. Wenn sie bot lane covern, ulten wir mit, okay? Okay, like it. Shame shit. Ich muss nur kurz meine Stacks abbauen, dann kann ich wieder mitgehen. Ich habe die P-Advantage. Okay, ich gehe wieder mit der Mitte. Ja, 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 ja. Also sie müssen eigentlich ein Bot abgeben. Ich hit the turret. Ich hit the turret. Ja. Und wenn der Victor hier ulte ich den? Niemand ist auf der Map. Niemand ist auf der Map. Die können überall sein gerade. Die sind oben. Ja, dann lass sie das machen. Die Wave is gone. Ich habe die P-Advantage. Ich habe die P-Advantage. Ich recall und cover top. Ich recall und cover top. Ich recall und cover top. Ja. Nach der Woche, ich muss aber Base brücken, ne? Ja. Okay, ich würde dir gehen für den... Ich komm bitte. Die werden... Aber zwei Haralds für einen Midlane Tower ist doch fein, ne? Ist das fucking wert. Lass das schnell nehmen, Brücke, wenn du hittest. Ja, ja. Die kommen aber zu euch, ne? Ja, wir müssen raus. Lass die Pflanzen nehmen und die Grom noch nehmen. Die Golems noch. Es wird ja so... Wir machen unsere Nails jetzt am besten. Jetzt Space? Ja, ich möchte Quacks haben. Oder wir lassen die Setup und wir machen genau das selbe. Brücke, Spotlane. Wir havern mit Top. Mit Bot. Can we see me? Gar nicht, komm. Wir brauchen... War das wieder Jinx hier unten? Nee, wir brauchen erst Lulu mit. Lulu ist hier. Olaf, was ist gerade? Pink Bot, mach den Scheiß. Oder Normal Bot. Normal Bot reicht. Ich möchte übrigens den Jinx bleiben, ne? Ja, natürlich. Das Setup ist doch grad voll geil. Und jetzt ulten wir, wo nicht zwei Leute covern. Ja, aber nicht übertrieben, weil wir sehen grad niemanden, ne? Wenn wir Lulu-Bots sehen, ulten wir Mitte. Du kannst... Genau, aber... Genau, also nicht übertreiben. Es kann jemand drin sein. Es kann jemand im Busch sein. Wenn die einen Play haben, Botlane kann ich die Pien, die nicht, ne? Wir können gleichzeitig Mitte und Bot sein für die. Aus deren Augen. Das heißt, die können kein Play machen. Wir müssen jetzt hinter jemandem stehen. So, sind sie aus Botlane? Ich glaub, ich kann Mitte ulten, oder? Tag, wenn du kommst, ich heb dir weh. Ja, noch nicht. Wir können einfach den Drake hier 60 Sekunden anschauen. Ich bin Turbo-P, ich hab Zweite, ich bin Turbo-P. Viktor ist hier, die haben richtig an. Und du kannst resetten, kann ich für Watson. Ich würd sagen, wir müssen... Die müssen richtig respektieren. Wir haben gute Vision. Und kauf den Kurs. Ich komm bitte. Und kauf den Kurs. Eigentlich, wenn der Top geht, gehe ich Top. Weißt du, der Cosmic Insider hat er TP, actually. Sind sie aus Top, die wollen Haridan? Könnt ihr mich defenden? Ja. Ich komm aus der Base Top, ich komm aus der... Oder ich tippe. Wenn sie die Seiten, tippe ich. Okay, der Dive sollte ewig dauern. Sie können nicht diven. Wir sind beide oben. Wenn die nicht diven, dann sterben sie, wenn sie diven. Wir wollen aber für den Drake spielen. Ja. Du tippe jetzt nicht hoch, wir defenden halt. Ich tippe nur, falls die drei Mann diven. Weil sonst müsst ihr euch eh frei. Ich würd jetzt mitstippen müssen, dann wir mitpfeu kriegen, oder? Ich wollt ihn halten. Wir rotieren jetzt runter. Wir rotieren jetzt runter. Wir haben extrem gute TP-Boards, by the way. Ja, ich bin da sehr okay. Und wir brauchen, wir brauchen, actually. Kommen wir mit, Rudi. Ja, zu uns. Ja, ich komm mal bitte. Wenn Licht aus ist, hab ich immer einen Sane-Flank. Ich glaub, wir brauchen den. Pass auf oben noch. Wir sehen zu wenig. Ich scheiße sich ein. Ja, ist doch geil. Ich kann das nicht tun. Okay. Dann wieder jemand bot lane. Und wir machen genau dasselbe wie die ganze Zeit, okay? Ich geh jetzt bot, ja? Genau, genau. Ich geh jetzt schon mit. Genau, fang mit an zu verschwinden. Du und ich legen wieder die zwei Wards. Erst, ja. Entend wir mit, oder bot? Mitte, Mitte, Mitte. Bot ist für safe. Okay, Brücki, und ich möchte, dass du hier harrst, okay? In unsere Bauzeit rein. Wir geben die jetzt bot, ja. Du kannst eigentlich immer hier langlaufen. Du kannst eigentlich immer hier langlaufen. Warte, bis wir Waves pushen. Dann machen wir das, okay? Im nächsten Wave super aggressiv an. Genau, genau. Ludo auch hier. Achtung Gott, Achtung Gott. Ich geh weg, top. Er hat mich getaggt. Nimm, jetzt, sie müssen die fänden. Du kannst jetzt eigentlich die Mitte hinten sogar. Lass mich mit hinten. Lass mich mit hinten. Lass mich mit hinten. Darf ich hier? Ja, ich darf hier, oder? Ja, das hättest du nicht machen müssen. Der kann nicht ein Geld. Ohne eh. Kann wie dann zum Motorhauen? Aber wir machen genau dasselbe. Ihr müsst, also wenn ihr es nochmal auf ein Ulti auf den Viktor, ne? Mhm. Botland ist dabei. Wir müssen aber die Waves actually synchronisieren. Okay? Welche Waves? Bot mit. Weil damit es gleichzeitig kommt und die gleichzeitig defenden müssen. Okay, dann hast du, du darfst Wave nicht hitten mit. Nicht hitten. Genau, du wartest, du wartest, du wartest komplett. Und wenn sie gleichzeitig hitten und wir jemanden sehen, dann Ulti auf die andere Seite, okay? Ich push halt. Soll ich die Pflanze hier mal nehmen? Ja, du push halt. Noch nicht. Erst wenn die Waves hitten. Weil auf dem Hit müssen ja jemanden, müssen ja irgendwo covern. Okay jetzt, 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 okay. Wir können Botland, wir können Botland, wir können Botland, wir können Botland. Wir können Botland, wir können Botland. Urlaubsen, das ist Miss. Urlaubsen, das ist Miss. Komm, keine. Die Ulte. Lulu, wuf schon, ihr seht Lulu, ihr seht Lulu. Lulu und Jinx, ihr seht Lulu und Jinx, ihr seht Lulu und Jinx. Wir sind raus, wir sind raus, oder? Ich hätte gerade noch, ich hätte mit. Ich hätte mit. Hast du mit Turtles für mir Blu-Buff kam oder so? Ja, ja, ja. Dings Rocket und ich weiß nicht, war das Xen Flash? Ich hab keinen W-Spill, ich hab keinen W-Spill. Schön Leute, schön. Ich will hier eigentlich nicht fighten. Er hat alles, der Olaf. Wenn wir auch bursten können, ist das Beste. We go. Nice. Wir wollen noch nicht fighten. Wir warten auf die nächste und machen das, wir machen das komplette Game. Okay, okay. Chill. Es funktioniert, die haben keinen Counterplan. Und was hat geflasht? Was hat geflasht dann? Victor geflasht? Die haben gar nicht geflasht, oder? Ja, das war gar nichts. Okay, ich würde einmal folgen, dann haben wir das Ende. Flasch einfach. Er hat mich nicht gebrochen, okay. Okay, ich hab das W-Spill jetzt schon ready. Nice. Ich bin sehr weit vorne. Einfach nicht... Ja, genau das war das Spiel. Ja, wir sollten das selbe Toplan machen, nicht bei Freddy. Und Freddy, du hast jetzt einen guten Timer Top zu laufen? Mhm. Sehr gute Frage. Können wir mit hier gehen. Können wir mit hier gehen? Ja, ich bin der nächste dabei. Soll ich noch eine Wave mitnehmen? Ja, bitte. Ja, du bist mit dir. Auf jeden Fall. Einfach die Tower. Ich bin sehr OP gegen alles außer Victor und der Typ ist fucking 0,2. Also I don't care. Ich bin sehr OP. Ich darf jetzt einfach nicht so gut decken. Ach, der ist komplett gut. Ich bin zwei Level Heads. Also machen wir nicht das selbe Setup Topside, by the way? Ja, warum nicht? Ja, doch, ich auch. Bis Drake spawned. Machen wir das gleiche Setup. Ja. Hat Victor geflasht? Nein. Nein. Also der Call war nein. Also wir haben es zumindest nicht gesehen. Brücki, wir müssen hier mit der Wave hätten. Wir müssen erst mit der Wave hätten. Ich bin noch sehr spät, ne? Also wir machen das Setup erst, wenn ich auf der... Ich werde mir jetzt hier auch zeigen. Der will 12. What? Haben wir Vision am Nash? Noch nicht, gleich. Nach der Wave. Die machen wir nicht. Dann nehmen wir jetzt nicht den Besten. So. Warte noch, warte noch. Du hast keinen Flash. Ja, ich glaube, du kannst Top-Lane. So, okay. Wir synchronizen wieder, okay? Ich versponde gerade langsam. Ich versponde gerade langsam. Wir müssen erst für Vision Setup gehen, Topside. Äh, Brücki, du wartest? Ja. Aber wir hatten gerade Top-Lane, actually. Nein, ich warte nicht. Du kannst hart pushen, ne? Genau. Und jetzt, Freddy, ich glaube, du pushst sehr langsam. Sehr langsam, sehr langsam. Aber vorher so langsam wie möglich. Aber die können halt hier sein, ne? Ja. Also nicht, wenn wir jetzt synchronizen. Wir gehen jetzt zusammen für Drake. Jetzt push, jetzt push. Für Vision. Genau. Wir müssen erst... Also keine Skip-Scapt'n. Wir brauchen erst die Vision da. Yes. Wir können Vision-Free holen. Sehr nice. So, und jetzt müssen wir wieder synchronizen mal rein. Yes. Hast du... Hast du einen Pink-Bot-Field in Nash? Ja, ich habe eins. Ah, actually, ne, meinte ich das hier. Okay, ich kann eins nicht abbauen. Wir werden contesten hier? Nein, nein, nein. Wir spielen nur vier Waves. Actually, der Victor ist alleine, ne? Willst du? Nein. Nein. Nein, nein, nein. Ist gleich deep. Ich habe keine Worts mehr. Wir sollten vielleicht unten in Solo-Bot nehmen. Diesen Ward, Diesen Ward, Diesen Ward. Ich habe komplette Hard-Pressure. Honestly, ich würde einfach Tolkien allein lassen. Wir müssen nicht mehr Tolkien. Aber ich will Drake-Setup spielen. Eine Minute Drake. Ja, lass das Setup ändern auf Wortside. Ja, ja. Ich denke auch. Ich denke, wir sollten... Pink-Bots sind sehr geil drücken. Ja, ja. Worts sind absolut P, so wie wir spielen. Ich habe noch keinen Mitblick, weil ich so viele Worts brauche. Ich bin meine Waves extra. Gut, ne? Die droppen die Waves-Bots. Ist actually nicht gut, aber okay. War es nicht gut? Wir sind fucking weak. Durch eine Waves extra. Ja. 35. Aber ey, jetzt haben wir Pryon. Ich kann schon reinmoven, oder? Ja. Ja, wir sinken. Ja, ja, ja. Der kann nur Ludo sein. Was wär... Alle haben Flash, ne? Alle haben alles. Ja. Okay, okay. Äh, die können Top-Tier-1 gehen, ne? Soll ich den abfangen? Ich hab die Pi. Du defendest den, forschwur. Ja. Forschwur defendest du den. Und wenn sie dich diven, nehm ich den. Ich werd auch ein Pink-Word auf Nash machen. Die wollen... Du hast ein Pink-Word für Nash, okay? Also... Hab 15 aufgeschickt. Wenn sie den Drake einfach abgeben, würde ich einfach Cross-Map-Cover an, guys. Sollte die jetzt schon move'n. Ja. Sollten wir den nicht machen, den hier? Ja, du machst den Solo. Was? Kannst du nicht? Ich weiß nicht, ob ich gekonnt. Die werden mich diven wollen. Ich brauch Hilfe. Wir wissen gerade, wie ihr Top seid. Wir wissen nicht genau, wo. Okay, wir haben asiert die Pi und Octonote, okay? Du schaffst den, ne? Ey, die damit nicht. Die damit nicht. Die damit nicht. Okay, Jinx sind wir dann. Sehr gut. Und ich bin danach ein Low wahrscheinlich, ne? Ja, du musst danach Base. Danach Chains sind wir auf der Land ist damit. Das heißt, du gehst Top-Lane. Genau. Wir machen jetzt dasselbe wieder vorhin. Ich geh jetzt schon... Ich kann das annehmen. Wenn das für dich das anders macht. Ne, wenn Freddy noch... Ne, ne, okay. Dann übernehme ich die eine Wave, oder? Wenn du die Farm brauchst, Freddy kann den auch nehmen. Ich brauch den Farm nicht. Also, aber... Ja, dann musst du den nehmen. Ist halt ein schneller Splay, oder? Ne, musst du den hier nehmen dann, was? Nicht? Dann bleibe ich ja noch hier. Wenn wir die XP... Ja, nimm doch einfach, Junge! Ne, also... Okay, ich kann nicht über... Stop, shut the fuck up! Spiel wir jetzt für Nash? Oder was machen wir jetzt? Wir machen mit Top-Setup. Actually, muss ich mit hin, ne? Ja, du sollst mit dabei sein. Vorsicht, die können da sein, ne? Okay. So, jetzt gehen wir mit Push into... Wir brauchen diese Kontrolle, okay? Ja. Olaf kann gerade weg sein. Warte, bis wir unten Olaf sind, bitte. Warte, bis wir Olaf sind. Wir müssen nicht zu viel rein. Ja, die sind hier. Wenn es weile wir vor Olaf, ich kann alleine Turm nehmen. Raus, raus, raus. Nice, nice, nice. Jaaa... Reset ich nochmal. Wenn du möchtest, ja. Ja, ich resette. Okay. Aber wir haben trotzdem... Achtung! Heiligsblechler. Wir haben zwei Old Smuts. Haben die hier Vision? Ne, der hat auf den Busch geaimt, ne? Dings Rocket ist raus, wir jetzt nicht mitbekommen. Die haben hier irgendwo Vision. Okay, jetzt nehme ich die Vision. Vorsicht, ne? Ja, 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 aber die müssen gerade mit defenden. Wurz auf Karni und dann gehen wir wieder neu. Immer Push. Gewinnst du uns irgendwann das Game-Torchen? Sehr langsam. Also nicht verlässlich, nein. Ne, dann machen wir das selbe Play, wie wir vorhin gemacht haben. Wir haben gleich mit Push into Diesel Worts. Diese Worts brauchen wir. Okay, so. Ich laufe. Ja, wir müssen kurz warten, bis ich annehmen. Gebt durch. Drei Minuten, Seele. Gehen rein. 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 In Khink, Lo ausgeübt! Gehen rein. Gehen, Leung. Gehen rein. Ein Blasmus. Gehen rein. Hey. Gehen rein. Das ist jetzt beim Reiben. Ruki, danach Gruppenwichsen auf der Couch, by the way. Dings ist nicht geflasht, oder? Also monetarisiert bitte nicht. Sorry, my bad, my bad, sorry. Können wir bitte weiter mit Brosgain reden? Ja, ja, wir machen jetzt... Same Setup für Nash, by the way. Actually muss Azir-Trop, oder? 2-2? Ich hab de fehl. 2-2. Wir spielen für... Wir spielen für Soul. Wir spielen für Soul, ja. Und die ganzen Tier-Zweiß. Okay, folgendes. Der Viktor hatte keinen Bock... Also wir müssen actually warten, das war mein Fehler gerade. Wir müssen warten, bis sie wirklich defenden, weil der Viktor stand einfach... Ohne Wave da. Das ist das, was ich gesagt habe, ja, ja. Richtig. Lass doch wirklich drauf geduldig sein. Wir haben das Game... Ja. Einfach ruhig zu spielen, haben wir das Game. Kein großer Fehler. Soul, Fisch. Nimm, 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 nimm. Ich hab 3-Eiters jetzt. Endless strong. Ist Olaf TP's? Ja, ja, wir sind beide TP's. Ja, dann ist das Setup doch okay. Achtet drauf für eine DP. Also wenn ihr flasht oder so, dass das nicht Viktor W up ist oder so, ja? Also wir spielen für WhatsApp und lassen sie allein den Top? Ja, ja, wir shiften gleich. Wir sind schon wieder hier. Ich hab keinen TP, seid ihr raus? Ja, ja, wir sind raus. Push durch, push durch, push. Push scheiteln richtig hart durch, guys. Wir sind Komplimenten. Viktor sehen? Wir sehen Viktor. Jetzt kriegen wir Vision. Wartet, ich muss den Loop-Around nehmen. Die machen jetzt, wenn es richtig der Split Place, man, okay? Ja. Auf euch steht Scheiße und so. Ja, aber die... Also wir sehen alles. Kanin, du kannst hier Warden gehen jetzt? Ja, 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 ja. Okay, das Warden, ja. Okay, okay. Warden is gone. Dieser Busch ist sehr... Aber noch nicht, noch nicht, noch nicht. Erst noch ein, erst noch ein Ding. Nicht alle Wards wasten. Noch ein Ward. Ich slow-push a Ward. Ich slow-push a Ward. Ich hab noch Double Pink auch. Ist fine. Ich hab keinen Nash auf Top, ne? Das ist nicht schlimm. Du musst nur den Viktor oben halten. Du machst den Job cool. Okay, actually, wir sollten sogar auf der Wave bleiben und einfach hier reinlaufen. Ich hab zwei Super Minions. Ich seh Viktor nicht. Ich seh Viktor nicht. Ich seh Viktor nicht. Hier ist nirgends in der Mitte. Dieser Ward ist sehr wichtig. Pinkwarted. Pinkwarted. Okay, und danach, nächster Busch ist der hier. Oh, der holt nicht um. Könnt der Bot gehen? Komm, ich geh nach oben. Countern. Yes. Killen, killen. Ich bin zuerst, wenn du nicht tot bist. Kannst ihn ulten? Killen. Wir dürfen nicht in Geld schwimmen, kann ich. Wir können keinen killen dafür. Du musst gleich da. Die Muten auch hoch. Push mit, die werden alle hochlaufen. Aldo, Aldo. Bin maybe tot. Ah, ich bin fein. Blu-Rat geötet. Drag 30, ne? Drag 30. Okay, dann Reset. Und wir haben saugute Vision hier. Die müssen hier alles face checken. Ich bin base. Pinkwartz wieder insane. Dann geh ich auch besser, guess. Pinkwartz wieder insane. Der hat sich geflasht. Ne, der ist nicht geflasht. Ich hab meine Soldaten in den Busch reingestellt. Und die haben keine Vision auf ihn gegeben, weil der ganz an der Kante stand. Okay, wir haben bei den 10 Sekunden, ne? Ich kann's natürlich einfach tippen. Ich hab tippen, ich hab tippen, ja. Wir bänden den, by the way. Bevor die kommen. Eine Midway, instant drag. Ja, wie gesagt, Luke würde ich hier face checken. Wir müssen face checken. Soll ich, ich buff einfach mal die Midway, okay? Ja, ja, du kannst alleine pushen, wir gehen direkt für den, für den Fight. Du kannst schon mal anfangen, fang mal. Ja, ich werde One-Shotting. Ich werde One-Shotting machen. Ich werde One-Shotting machen. Guck, 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 One-Shotting. One-Shotting, One-Shotting. Ja, TP zu uns. Ich hab Pin-Gott. Ja, One-Shotting. James-Soldat? Wie mein'n den gar nicht, ne? Vorsichtig, Jinks-Rocket, Jinks-Rocket. Wer meins. Hä? Ich bin nix-Nash. Wir lassen alle Camps gehen, ja. Was für die Camps gehen, die werden irgendwann Fehler machen, glaube ich. Oder? Wollen wir proaktiv irgendwas machen? Ich würde sagen, wir haben nix-Nash. Ich glaube, wir müssen nix-Nash warten, ja. Für den Full-Vision nix-Nash. Wenn ihr, wenn wir die Top-Side, dass ihr den Turm gemeinsam defendt, nämlich Botnay in den Turm in Olas Face. Ich würde ja gerne entern. Könnt ihr mich haben? Dann lass uns für Top-Side spielen. Ja, ja. Freddy geht aber wieder allein. Bart, du siehst doch, du siehst niemanden. Doch, doch, doch. Da waren gerade zwei Leute auf der Mitte gehen, Freddy. Ja, können wir auch machen. Ja, das ist echt schon besser. Das ist echt schon besseres Setup. Darf ich noch Resetten oder das ist jetzt Troll? Reset ruhig. Die Top-Side-Cams kommen jetzt alle. Ich bin ja erstmal auch nur für Nash, ne? Was mit dem Victor oben? Nichts. Nein, 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 nein. Wir spielen nur Nash und Waves. Nash und Waves. Aber gegen Wave haben wir schon verloren. Ich würde mir gerne Stop-O-Trollen, actually. Und dann machen wir das Setup, okay? Ich müsste mal versuchen, mich zu kehren, oder? Nein, nein, nicht tun. Nein, 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 nein. Jetzt bin ich alleine auf der Web. Ich muss Level 18. Ich weiß, schon seit drei Minuten in der Suche. Das geschmackige 7 Level über der Lulu. Kannst schon mal Top anpushen. Ja, und krieg's bis hin so nix mehr. Wuhu! Müssen wir die Top-Warte gemacht? Müssen wir die Top-Warten noch bitte? Doch, klar. Ähm, generell, actually, müssen wir nicht warten? Nächste wife kommt hier. Müssen wir nicht mit warten? Lass Mitte warten. Okay. Mitte warten wir. Zeitline hartpushen wir. Also diese Waves. Diese Waves. Diese Waves hartpushen wir. Diese Waves hartpushen wir. Okay. Sollten wir nicht noch weiter? Nein, nein, nein. Nicht diese Wave. Diese Wave. Warten wir Mitte. Warte Mitte. Und wir hartpushen. Genau, wir hartpushen. Wir spielen auf der Wave. Yes, auf der Wave. Bin komplett fein. Of course. Der sah nach unten gelaufen? Ja, aber nur bis hier. Wir sehen niemanden. Wir wissen nicht, ob er umgedreht ist. Jetzt können wir überall reinlaufen. Wir können einfach reinlaufen. Hier sind drei. Und hier? Und hier? Und Freddy, du musst nächste Wave auch eigentlich warten. Victor ist super lau hier. Victor ist super lau. Nur ein W und eine Q-Champ. Okay, wir haben die Wave ein bisschen verkackt, aber... Actually, it's fine. Nö, 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 nö. Der kann live noch. Aber eigentlich ist Troikin unten drin. Also eigentlich ist Troikin unten. Sie gehen unten. Ich bin sehr happy jetzt. Vision Line hierhin verschieben. Push pink ward. Der Fiktor hat's Kopfwatch übrigens, ne? Push pink ward. Just 10. Wir kriegen top 9. Olaf ist gerade back. Olaf ist faced. In diesem setup haben wir jetzt Nash by 3. Wenn wir das so halten. Achtet drauf, dass sie euch nicht in Guildschen um mit TB-Words oder so. Olaf könnte das ich kriegen oder so, ja. Achtung, Word, Achtung, Word, Achtung. Ich höre noch mein Leben. Nash am 35. Wir halten die Vision und wir können dann Incensionation um. Äh, ja. Aber ich würd actually die Waves wieder synchron halten. Lass sie den. Nächste Wave. Actually, wir haben ein Tirit. Lass die nächste Wave noch hart. Lass die nächste Waves noch hart. Lass die nächste Waves noch hart. Lass die nächste Waves noch hart. Die jetzt aus der Base kommen. Und dann geht's zu Nash. Olaf ist ein Mist. Kommt rein. Obacht, Vorsicht. Du wirst ja nicht overloaden, wenn die Push haben irgendwo. Vorsicht bei euch im River. Ähm, Juggerne euch. Crap. Die jetzt raus. TPS 10. Ich hätte ein volles Item auch in Base. Nein, nein, wir rushen Nash. Nein, nein, wir rushen Nash. Nein, nein, wir rushen Nash. Actually, wir wollen Nash Delaney, damit wir gleichzeitig Nash & Elder haben. Nein, nein, nein. Lass ihn jetzt machen. Der ist so free, no? Okay, die gehen gerade auch nicht weg. Lass, der nicht free. Nein, nein, nein. Olaf geht gerade alles botan ab. Olaf geht gerade alles botan ab. Wir haben Zeit, wir haben Zeit. Vorsicht da, ne? Die kommen gerade rein. Bei mir oder bot toplane? Ne, bei mir. Topside, topside. Die werden Nash forcen müssen, oder? Ich geh botan pushen dann. Äh, yo. Tolkien, wenn du unten rollst, sag wahrscheinlich, ich hab jetzt ein Redemption, wenn ich in der Nähe bin. Ja, das wird nicht halten. Okay, sorry. Ich bin kurz. Und so. Wir spielen nicht viel mit der Fight. Ich respekte, die geben gerade botan inip. Ich lass dein Minion sterben, bevor ich hier an 5 Mann sterbe. Ja, und jetzt machen wir das Nash-Play, oder? Genau. Es ist besser zu warten. Ich kann botanip nehmen hier, wenn ihr die spotter nochmal. Ja. Die müssen top5 annehmen, ich glaub wir können einfach rein. Vorsicht, dass die nicht irgendwo ne Flank haben. Ich weiß nicht, wer flanken kann von denen, oder? Mit to wave? Mit to wave? Mit to wave? Ja, ne, warte mal. Mit to wave. Mit to wave. Wir können schon mal anfangen. Wir sollten zacken. Ja, actually fuck it. Ist free. Olaf vor Wattrichter Nash. Selbes Setup, okay. 3-1, 3-1, 3-1. Olaf für TP'n. Ich nehm inipier, ihr könnt rausgehen, wenn es geht. Vorsicht mit Rocket, vorsicht mit Rocket. Rausgehen, lass rausgehen. Die TP'n. Geht drei oben, einer Mitte. Was soll denn sein? Wir haben jetzt ein Setup, 3-1-1. Ja, 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 ganz ruhig. Bitte ruhig, Leute. Ganz alles gut. Ich hab mal ne Frage, wollen wir das nicht auf WhatsApp machen wegen Elder? Oder wollen wir jetzt schon siechen? Mit Nash? Wir haben jetzt schon siechen. Wir gehen für Tolkien. Wir gehen für Tolkien. Wir gehen für Tolkien. Wir müssen hart pushen. Achtung, Victor. Achtung, Victor. Achtung, Victor. Das ist nur Victor. Denkt gar nicht die T-Words von Victor, ne? Irgendwer hat TP'n gerade. Ja, Olaf war das. Nein, Olaf war das. I think. Ich bin mir nicht 100% sicher, actually. Nice, krass. Okay, ich geh resetten. Ihr müsst bitte nicht mehr pushen, ihr müsst nicht mehr pushen, eigentlich. Du kannst nicht mehr pushen, eigentlich, ne? Du kannst nicht mehr pushen, eigentlich, ne? Du kannst nicht mehr pushen, eigentlich, ne? Die Wave noch. An Stopwatch ist, maybe? Oder Pods? Ich hab Stopwatch. Ich hab Stopwatch und G... Ach, ich hab dich dabei, ne? Weil ich hab jetzt sechs Items, guys. Warum seid ihr so arm? Okay. Du holst hier Topland? Du kannst, glaub ich... Ne, du sollst laufen oben. Wir machen genau dasselbe Setup für Elder und dann beenden wir, okay? Ja. Like it. Du es auch ab. Ups. Braucht jemand Items? Oder wo? Ja. Ein Item brauch ich noch. Ach so, ne, ne. Ach so, ne, ne. Nein, das nicht. Gut dann... Ähm, ich würde ungenfang tippen wollen. Es sei denn, es ist komplett insane in der Dunkelheit. Ich warte mit Mitte. Es ist komplett... es wird immer komplett insane in der Dunkelheit. Aber solltest du nicht pushen, damit ich Vision holen kann, ja? Ich tippen jetzt schon. Okay, dann kannst du Topland sogar durchgehen, ne? Ja, ja, ja. Kannst du Bot tippen? Ja, ich kann. Soll ich Bot tippen? Ne, 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 ne. Ja, ne, die sind noch zu nah, ne? Wo ist denn Viktor? Lass ihn schau, Viktor. Wir sind buff. Geist, die haben zwei tippen weniger. Wir können einfach tippen und die killen. Warte, okay? Ja, wir sind einfach komplett durch. Lass Drake spielen. Lass Drake spielen. Tippe, 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 tippe. Okay, ich tippe. Wir fighten. Renate, komm bitte auch. Okay, das war's, das war's, das war's, das war's. Wir gehen wieder zurück. Wir wissen jetzt, dass ich hier bin. Vielleicht kann ich hier was siegen. Ja. Du kannst, glaub ich, für den Backdown schau, für den Backdown. Schau für den Backdown. Wenn die kommen, schau für den Backdown. Lass dich anfangen. Wir haben zwei weniger tippen. Ich bin in der Base jetzt. Uuuuh, schön. Ich bin in der Backdown. Lass anfangen, lass anfangen. Wir beenden das Game gerade, guys. Ah, sieh, du kannst tippen, by the way. Ruck, jetzt cancel die Shit. Wir haben... AC TP, AC TP. Hast du tippe? Ich hab tippe. Ja, ich hab tippe. Tippe weiter. Okay, dann komm wir zu Elda, komm wir zu Elda. Ich hab kein Flash für die. Jinx Otis rauf. Hast du die Kitzel? Wir kriegen Elda, wir kriegen Elda. Geht nicht zu deep in Base, geht nicht zu deep in Base. Dann ist Elda hoch von dir, guys. Dauert noch, dauert noch. Wir haben Elda, 10 Sekunden. Äh, für 3 Sekunden. 3 Sekunden. Das ist meins? Ja. Jetzt haben wir Elda. Actually, we did it. Nein, nein, nein. Ich hab noch Gargoyles, ich kann nicht sterben. Wir haben's wirklich nicht. Wir sind gleich da, wir sind gleich da. Chill, chill, chill. Wir können enden. Wir haben noch Gargoyles. Es ist no way, dass ich sterbe. Ich hab Sturic Skates und Gargoyles. Okay, okay. Aber ich sterbe. Ja, du musst nichts machen. Ich hab das, ich bewusse. Einfach zeigen mir. No, Mittaway. Nein. Es ist nicht passiert. Wow. Nein, das ist echt geregelt. Nice, we did it. Oh mein Gott. Oh mein Gott. I can't believe it. I can't believe it. We did it. First time. Wir sind first. Wir sind die Textile. Let's go. No. 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 Oh mein Gott! Ich war, ich weiß nicht, ey, ich war so sauer. Ja! Ich war so sauer. Alter, ich bin scheiße schwindelig, Mann. Oh mein Gott. Jetzt erst mal das Wichtige, wer macht das Interview? Wir machen. Ruhige auf der Couch und mir, wir haben ein Studio. Ja. Aber, also vergesst nicht das mit der Rückkopplung. Also, GZ erst mal. Er meinte, Marius hat's gefixt. Nein, ich komm zu dir runter. Oder wenn Marius GZ raus sein. Nein, Marius meinte, Marius meinte, er hat's gefixt. Wir können's auch von mir machen. Aber Marius meinte, er hat's gefixt. Ich frag ihn. Aber ich wollt mit euch jetzt gerade feiern. Ihr seid nicht hier, scheiße. Ey, guys. Oh mein Herz. Mega, mega, mega. Dieser Turning Fight, dieser Turning Fight war ja so insane. Das war krank. Like all you. All you. Let's go, guys! Der Scheiß, warum ich in a lane first turn? Ich hab so gekingdomed, by the way. Ich hab so gekingdomed. Ich hab seine Scheiße. Aber ich hab seine Scheiße an mir auseinandergenommen, einfach. Unser Main zu bannen war gut, ne? Ja, einfach die Golfarten. Dass er nicht den Cockblock on-Match bekommt und später useful ist. Das war so geil für uns. Ja, ich bin besser als er, deswegen war's gut. Wow, yes! So, ich kann mich zu dir runter talkieren. Der kommt zu mir und fick mich. Der kommt mit geilen Sex. Ja, bitte. Ey, Jungs. Geil. Super geiles Game. Das ist unglaublich. Alter, ich freu mich 18 Mal in Div 1 mit euch zu verlieren. Das wird so geil. Das wird Hammer. Wenn wir motiviert sind und Freddy Corona hat oder ihr alle durchfahren habt, dann gewinnen wir auch. Dann ist einfach fucking Freeman, by the way. Ja. Ja. Ich glaub, ich geh jetzt erstmal kotzen. Ich mach kurz, ich mach kurz YouTube-Auto. Ja, mach das, mach das. Ja, same actually. Ich glaub, wir sind einfach dann heute, oder? Ich schau mir jetzt ein Interview an von euch. Ich hab jetzt ein schlechtes Gewissen wegen dem Tweet. Nein, was? So geil ist es gewesen. Ja, Guys. Aber leider, es haben wir eine Ehre. Ich liebe diesen Slip mit euch. Ja. Wir reden über Winter Cup nochmal irgendwie so übermorgen am besten. Ja, ja. Lasst uns, lasst uns reden die Tage. Ja, irgendwann muss doch übermorgen. Jetzt ja auch von Riots hoffentlich was. Ja, ich muss jetzt mal was sagen. Was sagt jetzt? Unglaublich, ja. Warten ist serious. Okay, guys. Okay, wir reden später, ja? Morgen, übermorgen. Wir reden. Guys, schönen Abend. Gruß auf die Nuss. Schönen Abend, genießt es. Können wir eine lange Insel. Ciao. User disconnected from your channel. The Chat. YouTube. Like, das war einfach. Honestly. Das war eine der besten Series in den Winnie Games. Die ich seit Ewigkeiten gespielt habe. I mean, obviously, ich habe seit langem nicht gespielt. Aber, oh. Im finalen Game. Ich will eigentlich meine scheiß Fresse. Wie ich mit halb offenem Mund so wie immer da sitze. Während, ähm. Während ich auf den Urlaub raufgehe für First Blood. Und ich bin, ich war so cocky. Ich gehe für Playdings. Ich solo kill den Turret. Also ich hole First Blood Turret. Like this shit. Es ist, es ist insane gewesen. Und dann der eine Teamfight, wo mich Renata rettet. Ich Pentakel kriege. Oh, 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 oh. Junge, geil. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich lasse einen Like, lasse einen Kommentar. Eine tolle Series. Wir sind gut genug für First Diff. Geil. Ciao. Ciao. Auf, auf.